Hallo und herzlich willkommen irgendwo in Bayern. Und heute wieder mit dabei der Strallemann und das Riegerlein. Neues Equipment haben wir. Ja, wir haben sich einen IMT geholt mit keine Ahnung wie vielen PS. Aber ja, geht recht gut. Also ich schätze um die 80 PS würde er haben. Und einen Red Lizard mit 75 PS. Noch dazu haben wir einen Gruber gekauft. Das heißt wir sind wieder... Neger. Genau. Aber gut. Und? Spatzpässe zu in und her. Also diese Gruber sind auch der Hammer ey. Wie so? Ja so richtig groß und so. Ich mach das ohne Haar. Okay. Ohne Haar? Ja. Bleibchen. Junge, 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 Junge. Ich seh nix. Ich seh nix. Ja, ist ja super. Ich hab andauernd ein Gebüsch vorm Auge. Ja dann zoom die Kamera raus oder rein? Ich fahr einmal da rum. Ich fahr dem Strallemann nach. Ja. Opsa. Naja. Alter ist das ja ein Gewackel. Also schön ist was anderes. Was? Ähhhhh. Der kommt nicht rum um ne Kurve. Ahhhh. Ich fahr weiter raus so wenn ich muss schauen was du da treibst da hinter mir. Lach nicht. Sie macht Sachen. Ja das geht nicht so einfach. Lach nicht so einfach. Außer einem leckt das wie Sau. Jetzt mal zeig dir ein bisschen was im PC zu investieren. Ich hab andere Probleme. Jetzt steppt der Ministranten so da wieder im Weg. Du leid da Frau? Hoppla. Bin doch eh schon da. Ohja die Rieke macht wieder so ein Ruckungen. Ja. Was mach ich? Ähhhhh. Bin schon weg. Bin schon weg. Bin schon weg. Alles easy. Ups. Das muss werden. Da riekt ja ihre Sprün rutschen. Das ruckelt. Was musst du? Deiner Spur nachfahren. Warum? Ja weil du die Außen- die Innenkante gemacht hast. Hehehe. Ich glaub manchmal hab ich gar keine Linie gemacht. Ja. Ja. Man merkt's. Hm. Fangen wir auf den Korn. Heuzeit. Hehehe. Macht er schon wieder Mittag? Ja. Hm? Hier so offen. Gäse. Ähm. Waaah. Waaah. Fass. Waaah. Das is is. Es fällt ihm nichts mehr zu ein. Ah, ich komm nicht umgekommen. Oh, Alter, das geht mir hier so auf den Piss, alter Schwede, ey. Nur am Labern. Ja. Kein Kommentar. Pff. Pff. Ah, ich hab mir gerade vorhin auch schon da. Da ist er gestreckt. Da kommt ja dann die Maschine hin. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ja. 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 Ja, wir haben halt nichts größeres. Ja. 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 Oh, jetzt fährt sie rum auf dem Dach. Ja. Du nörgelnst ja nur rum, was soll ich bei dir? Ah! Ja, dich entschuldigen für die Nörgele. Denn du nörgelst doch. Achso, äh, äh. Wir das Nörgeln unterbinden und ja, mich ablenken von der Nörgele. Nö. Das hast du nicht verdient. Oh. Ich sag ja schon immer die ganze Zeit, ich kann ja auch auf dem Hof bleiben. Ich wäre sowieso nur für die Tiere zuständig. Nein, ich muss ja Trecker fahren. Wir haben keine Tiere. Ja. So am Hof musst du auch Trecker fahren. Trecker. Trecker. Für die Tiere zuständig. Wer war denn da noch sogenannte Zustände? Wer hat sich da wohl drum kümmern? Ja. Wer war denn das? Das hat laut rausgesagt und sie ist ab heute für immer für die Tiere da. Ja, ja. Nie wieder gesehen nachdem. Nie wieder, ja. Achso. Ups. Schuhe. Püff. Gehe. Amisant. So. Jetzt hab ich das Schild endlich mal vom Feld geschoben. Boah, Alter. Ich krieg hier ne Krise. Was ist jetzt? Benzin allem. Was? Wer will's neu? Da musst du voll sein. Lass mich da mal rein. Ja, ich stehe doch hier schon. Da bist du einfach. Der muss laufen. Ne. Mama Mia. Ja. Du siehst du. Junge Der ist mit 8 Liter, steht er da Ok Also wird der nicht voll ausgeliefert Das war jetzt auch was, da hab ich gar nicht drauf geachtet Du geachtetst ja nicht drauf, wer er neu ist Ja Aber geil Der geht Trigger, beziehen uns alle, was? Sie sind jetzt verkauft und wieder neu gekauft, oder was? Nein, zurückgesetzt Achso Ja, und da ist die Tankstelle, ja, von daher Oh, nee, du Alter, Sachen gibt's, die gibt's nur da bei uns Ja Nicht so so, oder? Nicht so so, oder? Der Benzin hätte ehrlich gesagt da nicht geschaut Und das wär da neu Und das wär da neu Oh nein Ich heul immer noch Ich seh nix, alles verschwommen Das kann ja gar nicht sein 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 Hier, normalerweise eh nicht Das wird halt nur mit Valetta ausgeliefert, ne? Nicht immer filtern Fraster Oder der Sau aufgeliefert Ja, der verliebt echt schnell Benzin Der hat mit 88 Äh, der hat mit 88 Liter angefangen Jetzt bin ich bei 85 Knoll Ich bin der saute auf 85, mal gucken 84 Ja, das passt ja Der frisst aber ganz schön, du Deswegen war er verbindlich. Das hat noch ein Zwarer-Kost. Ja, jetzt ist... Stümperei! 83! Da bist du arm bei! Ja, bei dem schon. Da bist du mit einem Feld, mit 88 Litern, bist du durch. Ah, ist doch schön. Was? Mit 88 Litern, da fängt der Drecke an. Dann seufzt er und seufzt er, bis er nicht mehr kann. 79. Das ist jetzt bei drei Bauen, in 10 Liter ausgesprochen. Na, mehr Höfe. Ja. Ja, jetzt ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, ähnlich. Du, er hat Rest und das ist ausgleichbar. Und war billig. Ja, und das nächste fliegt mir der Motor um die Ohren, oder was? Mhm. Der, der ist eh für dich gekauft. Glaubst du, da schaue ich noch, ob der Motor gut funktioniert? Tch! Oder ob alle Sicherheits- ...Werkmale noch, äh, ja. So kümmert er sich um mich. Das ist unglaublich, ist das. Ja, für das... Ja, für das... Ja. Die du mir, soll ich dir? Äh, äh. Kannst du ja heute auf dem Sofa schlafen. Ich lochst, ey. Na. Guten Tag. Tag. Ich kann ihm nicht böse sein. So. So. So, meine Damen und Türen, es ist aber eh schon wieder soweit, Folge ist nun vorbei. Deswegen sagen wir mal alle Tschüss, Baba. Tschüss.